Hallo und herzlich willkommen zu Basiswissen Physik. Unser Thema heute Arbeit mit und ohne Reibung. Welche Leistung muss ein Motor haben, der eine Kiste der Masse 50 Kilogramm mit der Geschwindigkeit 2 Meter pro Sekunde eine Rampe hinaufziehen soll, die einen Winkel von 10 Grad zu Horizontalen hat? A unter Vernachrichtigung der Reibung. B wenn der Reibungskoeffizient µ gleich 0,25 beträgt. Wir betrachten eine Kiste auf einer schiefen Ebene und wollen die relevanten Kräfte diskutieren. Die Gewichtskraft Fg ist einfach Masse mal Erdbeschleunigung, in unserem Fall 491 Newton. Diese Gewichtskraft können wir vektoriell aufspalten in zwei senkrecht aufeinander stehenden Kräfte und zwar die Hangabtriebskraft Sinus Alpha mal Gewichtskraft das sind 85,2 Newton und die Normalkraft Gewichtskraft mal Cosinus Alpha das sind 483 Newton. Aus der Normalkraft ergibt sich durch Multiplikation mit dem Reibungskoeffizienten die Reibungskraft von 121 Newton. Ohne Reibung bräuchten wir nur 85,2 Newton um die Kiste nach oben zu bewegen. Mit Reibung brauchen wir 121 Newton mehr. Wenn wir die Kiste nach oben bewegen müssen wir Arbeit leisten. Arbeit ist Kraft mal Weg, im reibungsfreien Fall 85,2 Newton mal zurückgelegt im Weg. Wenn wir die Kiste mit 2 m pro Sekunde nach oben bewegen wollen, benötigen wir die Leistung p 85,2 Newton mal 2 m pro Sekunde ergibt 170 Watt. Wenn wir die Reibung berücksichtigen, erhöht sich die Kraft auf 206 Newton und entsprechend die notwendige Leistung auf 412 Watt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 2-Bruhl-Floch 1-8-Bruhl-Floch